Wir haben zwei Akku-Kettensägen bekommen, einmal von DEWALT, vom RS-Tools und einmal von Milwaukee selber. Von Milwaukee selber haben wir unheimlich viele Sachen bekommen. Und, pass auf, das kann ich einmal wirklich so sagen. Und jede Menge Bits, da können wir uns tot machen. Also das ist krass, aber das will ich mit dem Riesenschrauber zusammen mit euch testen. Wartet da noch ein bisschen, das ist geil, oder? Allein die Bits kosten ein halbes Vermögen. Und zwar einen wunderschönen guten Tag, hier beim Holzkund Scholz Offiziell Testkanal. Nee, und zwar, passt auf, ich habe folgende Sachen heute mit euch. Und da muss ich wirklich mal meinen tiefsten Dank aussprechen. Und zwar einmal an die Firma, also nicht DEWALT direkt. Wo hatten wir denn, wie hieß denn das? Warte mal, wie ist denn der Kollege? Tja, das möchtest du ja gerne wissen. RS-Tools hießen die. Ja. Einmal RS-Tools, ja, der Online-Shop www.rstools.de Und einmal an Milwaukee. Ich habe beim, da kommen noch mehr Sachen auf euch zu. Ja, also DEWALT und Milwaukee haben uns da wirklich nach unserem Diebstahl wirklich geil unterstützt. Kann man ja so sagen. Wollen wir sagen, dass die *** noch keinen Cent bezahlt hat? Nee. Wollen wir nicht sagen. Wir wollen auch nicht sagen, dass ich das von *** dort am liebsten abgerissen hätte und durch den Ofen gezogen hätte. Das wollen wir auch nicht sagen. Ich soll auch nicht von Fabian sagen, ich soll mich auch nicht abwerten gegen *** äußern. Soll ich auch nicht machen. Ich soll auch nicht sagen, dass *** auf Urmsöhne sind. Soll ich auch nicht sagen. Gut. Habe ich ja nicht. So. Wir haben auf jeden Fall zwei Trorsägen bekommen. Wahnsinn. Ja, das hat eine Ölkanne. Das kleine Kändchen. Chain Bon. Okay. Das ist ja Nidl. Nachricht dazu? Ich wollte die jetzt gegeneinander laufen lassen, weil tatsächlich, ich habe die gerade mit euch das erste Mal ausgepackt. Oh, Digger, also es ist nicht so, dass wir jetzt hier... Nee, die haben wir uns noch nicht angeguckt. Hier wird auch noch ein größerer Akku reinpassen. Wir haben jetzt hier 18 Volt Akku mit 8 Amperestunden. Ja. Liebe Grüße gehen raus an beide Hersteller. Die sind stockkind hässlich. Dann habt ihr was gemeinsam. Digger, zeig doch mal ehrlich, die ist hässlich. Rein optisch ist die hässlich. Und die aber auch. Sei ehrlich. Ja. Ja. Weißt du, was wir machen können? Das ist ganz gut. Wir haben ja dort ein bisschen Feuerholz. Dann können wir doch mal wirklich ein bisschen Feuerholz schnippeln damit. Mhm. Ja? Ob das so funktioniert? Weil wir machen uns auch nichts vor. Wir werden das nur dafür nützen, Sachen grob abzutrennen. Beziehungsweise werden wir das dafür nützen, Schnittskurfsvorzubereitungen zu treffen. Das machen wir mit der Länge. Also Dewald ist ein bisschen... Hat eine 50er Schiene. Mhm. Nun werden wir überlegen müssen, also das sieht irgendwie aus wie ein Texas Chainser Massaker für Arme. Da kommt auch so ein Motor warm und so ein ellenlanger Schwert. Gut, um Menschen zu schneiden, braucht man auch nicht mehr. Aber nach wie vor finde ich beide hässlich. Mhm. Mhm. Sieh mal nie. Ist nicht schlecht. Nee, wirklich nicht. Passt das in die heiße Bulliken rein? Ist doch noch nicht voll, oder? Was mir persönlich sofort auffällt, guckt mal, die haben da unten ein Loch, damit die Späne wahrscheinlich nicht hängen bleiben. Damit das Wasser ablaufen kann, wenn man die draußen stehen lässt. Wahrscheinlich auch, aber du hast ja hier trotzdem immer Dreck drin. Ja, hier sind bei Zeiten irgendwann Späne drin. Musst du einen größeren Akku nehmen? Hier ist eine, ne, eine 1.3er ist hier auch drauf. Was siehst du denn das? Was fühlst du? Obwohl, das könnte auch eine 1.1er sein. Die sind dünner, aber das ist eine 1.3er, ja? Hier auch. Ich habe das Gefühl, dass die 50er Schnittstärke vielleicht ein bisschen zu viel sein könnte für dieses Gerät. Wer weiß. Was denkst du, du hast ja, du bist ja wirklich so ein Verfechter von Husqvarna. Was, hast du Akku, Husqvarna, Segel? Wirklich? Ja, jetzt fahr doch nicht, was ich fehle. Was hast du für Hände? Kann ich dir nicht sagen. Kannst du die mal mitbringen? Kann ich machen. So. Ne, ansonsten ist das natürlich eine geile Nummer, weil die Leute einfach sagen, hier, probiert das doch einfach aus, ohne dass sie irgendwas verlangen. Und das ist halt wirklich cool, das muss man auch so sagen. Wir haben eine 54-Volt-Maschine, ja? Und die funktioniert aber auch nur mit einem großen Akku. Und wenn ihr das mal angenommen habt? Naja, du könntest auch einen kleineren machen. Ne, bei der Maschine tatsächlich nicht. Nicht? Ne, die haben gesagt, das funktioniert hier tatsächlich nicht. Bei Milwaukee geht's, ja? Aber die ist ja auch, das ist auch nicht die größte Ausführung. Wir haben beim Herrn Brockschmidt mit der größeren Ausführung ja schon gearbeitet. Der Akku, der wiegt entspannt 1,456 Kilogramm. Ist nicht so wenig. Also 1,4 gegen 1,05 oder 1,5. Also 500 Gramm, ja, ungefähr. Macht natürlich schon beim Rumtragen was aus. Und eine Kilo bei einer Motorsäge, Digga, wirst du mir recht geben, ist viel. Nach wie vor hässlich sind sie beide. Ich glaube, das hatte ich erwähnt. Beide Akkus sind voll, voll geladen. Ja? Öl haben sie beide jetzt drauf. Das gute von Ketlitz und ein bisschen das von Milwaukee. Von der DB-Zahl her haben sie beide. Also die hat jetzt 100 Dezibel Schallmessung und die hat 102 Dezibel. So auf zwei Dezibel ist ja nur geschissen. Ja, bist du langweilig, was ich sage, mein Digga? Ich wollte es nicht so ausdrücken. So. Voll betankt mit Akku. 5,916 Kilogramm. Ist nicht wenig. Nee. Und dir? Voll betankt. Was schätzen? Na, und so viel? 7,286 Kilogramm. Ah. Also fast. Und nicht bei 1,5 Kilo mehr. Das macht was aus. Hier haben wir jetzt eine 30er Schiene. Ja, genau. Eine 30er Schiene und hier haben wir eine 50er Schiene. So. Ich würde jetzt folgendes vorschlagen. Wir haben da hinten unsere Hölzer-Finn-Schnitzkopf. Wir nehmen uns das Ding jetzt mal, wir zeichnen uns jetzt mal was an. War so ein bisschen so. Die Länge, wir schneiden es ja immer in der Mitte durch. Und wir gucken mal, wir haben jetzt dort 16 Stämme liegen. Relativ massiv. Und wir probieren einfach mal, wie das dann da durchgeht mit der Säge. Fang mal an. Wollen wir das so machen? Ansonsten. Ich bin halt kein Akkufreund. Und? Willst du mal? Was denn? Ich bin kein Akkufreund, hat er gesagt. Die meisten Säge Akkus habe ich nur für dich geguckt. Ja, ist klar. Aber ist da eine Schnittschiene drauf? Nee, da ist keine Schnittschiene drauf. Da ist es nur was drauf, damit wir damit besser Feuerholz schnippeln könnten. Die ist tatsächlich nicht zum Feuerholz schnippeln da. So. Komm mit, meine Sonne. Wir haben jetzt am Wochenende Schnitzkopf. Und zwei ist es da. Zwei hast du das Wochenende? Ich geh kaputt. Oh, Freitag ist mal Wochenende schon. Oh, ho, 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 ho. Habt ihr das hier? Der Alter hat ihn da Freitagsswoche. Und da ist das Freitagsswoche. Die Linde. Hat er gesagt. Ich wollte dich noch verwenden, genau. So, ich will noch mal was verwenden. Ein Schiff. Also so in dem Durchmesser werdet ihr die Sachen finden außer GRUIT. GROIT ist ein bisschen einfach so aufgebaut. Du hast ja auch schon mal einen Schnitzkurs mitgemacht, Carsten. Also einen besonderen Schnitzkurs. Wie fandest du das? Jetzt mal nicht irgendwie dummes Zeugequatsch, sondern versuch es mal wirklich, um eine Kuh auszudrücken. Oh, was soll ich denn das essen? Ja. Du weißt genau, wie ich das meine. Ja, cool. So. Mehr Gefühls-Ausdrucker davon passt es nicht. Ja, war schick. Schön. Hat Spaß immer. Hat Spaß immer. Ja. Und ich sagte, das war noch die Zeit, da hatte ich noch eine Skwaner. Carsten durfte mich noch eine Skwaner sehen. Ja, einmal frei. Das waren Welten. Das waren Welten. Du hattest eine XP. Du hattest nicht das, was der Pöbel hatte. Ich weiss. Du hattest die Punt-Variante. Deswegen mache ich mal dreimal das schneller färter wie die anderen. Diese übrigens drüben. Was ist die drüben? Deine Bank ist drüben. Ja, ich weiss. Wollen wir die mal schick machen und mal oben hinstellen? Wollen wir die nicht verfeuern? Bist du behindert? Die ist geil. Da können wir uns hinsetzen. Da können wir ein Schwedenfeuer drauf machen. Du kannst dich daneben setzen, neben der Schwedenfeuer. Und wisst du, was ich mache? Warte mal, wir haben jetzt eins. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, neun, dreißen, neun, sechs. Acht Stück mache ich. Und acht Stück noch zu, weil ich wissen will, was du davon hältst. Wenn nix, das sägt. Ja, es geht doch auch, wie es sägt. Wie ein Akkusäger halt. Kannst du mal googeln, was das Ding kostet? Geht dann los. Und wie sägt es? Ja. Wie ein Akkusäger. Ja, ja, pass auf. Das ist ja immer die Frage. Jetzt hast du Späne zwischen der Kette. Und schwer. Gut. Gut. Na, komm. Hat das Beintraining jetzt noch ausgelohnt? Ja. Das geht ja aber auch. Das, was ich halt doof finde dabei, dass du jetzt mal den Scheißknopf drücken musst. Was ist denn das für eine, wenn ich fahre noch? Eine DCM-C575. Kostet 449, 59 Euro. Mit Akku oder ohne Akku? Ohne Akku bei Kaufland. Bei Kaufland. Bei Kaufland. Bei Kaufland. Bei Kaufland. 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 Ja. Wo sind wir denn hingekommen, dass es Kettensink bei Kaufland gibt? Ja. Also zwei Akkus und ein Ladegerät, sagen wir mal 400 Euro. Plus nochmal 400 Zips bei, auf jansanspannkaufland.de. So. Wir reden jetzt von neuen, 100... Da kannst du nicht die Müttersäge kaufen. Da kannst du nicht die Müttersäge kaufen. Ist so. Ich wollte es so nicht sagen, aber zwei, vier, sechs, sieben, acht. Wenn wir Säge weiter, ist gut. Ne, ich würde überlegen jetzt tatsächlich nochmal, das kleine Ding in die großen Stämme reinzupoltern. Warum das? Das macht ja wirklich Sinn. Na, einfach mal zu gucken, wie die es sich macht. Ne, die kommt aber dann nicht durch. Na, dann drehe ich sie. Die komme ich doch nicht durch, weil ich es drehen muss. Achso, du meinst jetzt ja. Das kannst du mal, ja. Warte mal, ich schneide es hier nochmal. Ja, ich schneide mal durch. Also, sie hält nicht an. Ich habe gerade gedrückt, um zu gucken, ob sie anhält. Das macht sie nicht. Ne, aber. So, wir rechnen jetzt mal, sagen wir mal knapp, nehmen wir mal wirklich einen groben Taschenrechner und sagen, ach du Scheiße. Jungs, Video, fängt nicht ein. Sagen wir mal, wir nehmen jetzt mal wirklich einen groben Taschenrechner und sagen, bis auf 900 Euro kostet das Ding. Würde ich mir das für 900 Euro kaufen? Nein. Ich habe dafür nichts bezahlt. Ich habe auch kein Geld dafür bekommen, dass ich das so mache, wie ich es mache. Wenn du eben viel mit D-Wald arbeitest und ab und zu mal eine Motorsäge brauchst auf einer Baustelle oder, 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 oder. Garten-Landschaftsbauer vielleicht, weißt du, der mal ein bisschen was verschneiden würde oder vielleicht, keine Ahnung, gerade irgendwas machen will. Ja, aber ich, für meine Zwecke, nein, nicht mal um damit teurer hinzustellen. Weil, und jetzt komme ich auch verruhen, weil? Ja, keinst du 117 nehmen. Die gibt es ja nicht mehr, also 112. Ja, aber was jetzt hier? Ja, die hat eine höhere Lärmemissionsgruppe, also die ist lauter. Ja, und im Wohngebiet, ich gehe auch da völlig mit bei euch, dass ihr sagt, ey, ist es, ist für uns eh die einzigste Möglichkeit, wie wir mit so einer Säge arbeiten können. Ach, eine 117 gibt es nicht mehr? Ne, wurde abgelöst von der 162 bei stillen. Also haben Sie mit dir, dass Sie missfreuen? Ne, das klingt, die Säge gibt es ja tatsächlich seit 30 Jahren. Aber die 162, die 180, die 211, bei der 230 bin ich mir nicht ganz sicher, die haben dieselbe Bauart. Also die haben denselben Grundkörper, nur das Innenleben ist ein anderes. Das heißt, du sparst ein bisschen in der unterschiedlichen, also in der Produktion sparst du einfach dadurch, dass du dreimal dasselbe pressen kannst, als Beispiel. Das wird so eine Sache sein, nur deswegen. Knapp 900 Euro, ich finde es zu teuer. Nur meine persönliche Meinung, jetzt die, die die Maschine öfter benutzen, die werden vielleicht was anderes sagen, ich finde es zu teuer. Und ich finde, DeWalt hat sich mit dem 50er Schwert keinen Gefallen getan. Ich finde, die haben sich keinen Gefallen getan, es ist zu lang, in 40er hätte es auch getan. Was sagst du, willst du mal? Jetzt entspann dich. Tut alles weh, Alter. Ja, das ist dein Problem, weil du nämlich erst im Kunden warst. Geh mal in die Nahaufnahme, volle Bude. Wenn du deinem DeWalt-System bleibst. Ja, das ist zu lang. Zu lang. Boah, das ist zu lang. Dafür, das ist dann. Wenn du zu teuer drückst, läuft sie weg. Ja, boah. Das habe ich halt auch gemerkt. Und das ist halt doof. Jetzt ist die Frage. Ich hole jetzt mal die Amakita. Nee. Nee, die Milwaukee. Also, wenn du viel vom DeWalt im System hast, ja, und eine Motorsäge nicht permanent brauchst, kauf die. Ich bin trotzdem der Meinung, dass du immer noch mit der Benziner günstiger kommst. Siegt nicht. Besser als die Würze. Ja. Vielleicht wollen, dass die Leute jetzt nicht rum. Vielleicht liegt es so an, dass sie das Problem haben. Na, das ist ja auch eine Ins-Inser. Mhm. Die schweben auch nichts. Also, die machen einen sauberen Schnitt. Hier hast du Komplettzeit mit Akku, Säge und ich denke mal auch Akkus dabei. Also, so ein Ladgerät, was du auch hast. Ja. Für 600 Euro, 59. Also 300 Euro. Sagen wir mal 250 Euro wenig. Mhm. Ja. Hält die an? Hm? Hält die an? Nein. Ich drücke gerade hoch mit die Wallen. Gut, wir haben hier nur einen Kiefer. Ja, seid mal da hingestellt. Ich glaube, ich bin da falsch, jetzt um solche Sägen testen. Ich finde, die schneidet besser. Ich finde, die liegt auch sportlicher in der Hand. Meine Meinung. Angehalten sind sie beide nicht. Ja, also angehalten sind sie beide. Komm, ruhig, Hand, Digger. Ja. Angehalten sind sie beide nicht. Die wiegt weniger. Die hat wahrscheinlich mehr Laufleistung, da ich den größeren Akku habe, aber auch deutlich schwerer. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich für die Milwaukee entscheiden, weil ich die besser finde. Die bisschen kleiner ist, noch ein bisschen, bisschen handlicher ist als die D-Wald-Säge und ja, einfach billiger ist. Wobei, es gibt eine Nummer größer. Ich denke nicht, dass die sich preislich dann irgendwas nehmen. Glaube ich nicht. Die wir beim Proxen mitbenutzt haben, die wir größern. Die hat auch eine extreme Kettengeschwindigkeit. Wenn ihr, wie gesagt, Lärm ist immer ein Problem. Wenn ihr ein Lärmproblem habt zu Hause, dann nehmt die. Aber ich würde beide, also gut, wenn ich mich entscheiden müsste, habe ich gesagt, würde ich die nehmen. Aber ich würde sie nicht kaufen. Beide nicht. Ja, ich weiß, manche Hersteller wollen das nicht hören oder manche Hersteller mögen dann diese ehrliche Art und Weise nicht. Aber ich finde, Milwaukee macht geile Sachen. Die haben wir schon benutzt, ne? Ne, unsere Milwaukee haben wir nicht. Aber beim Proxen mit, was wir benutzt haben, war brutal. Der Schlagschauer, ja. Das war, wir haben so ein Ding auch, wir haben es noch nicht benutzt. Aber das war, das war der absolute Ultrahammer. Was ich nicht verstehe, ich verstehe, dass diverse Hersteller diese Kettensägengenre mitnehmen wollen. Also diesen Zugkettensägen mitnehmen wollen. Weißt du, dass man einfach, ich habe jetzt alles von Milwaukee, da habe ich immer noch die Motorsäge von Milwaukee. Oder von DeWelt oder sowieso. Aber ich finde es nicht zu Ende gedacht. Und ich nehme jetzt mal das Beispiel Husqvarna oder Stihl. Für mich, die beten Marktführer was Motorring anbelangt. Die machen ja nichts anderes aus dem Motorring. Oder Gartengeräte, sagen wir es mal so. Eben, die machen nichts anderes. Die machen keinen Akkuschrauber. Genau. Die machen keinen Akkuschrauber, die machen keine Bandsäge, die machen keinen Schleifer. Ja? Ich würde dann lieber auch die, denke ich mal, die Milwaukee vorziehen, weil die handlicher ist. Ja? Gut, es gibt von dir mal auch eine Kledere, klar. Ich weiß nicht. Ich glaube, mir fehlen da auch die Emotionen. Das klatscht nicht, das peppt nicht, das macht pepp, 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 pepp. Es nimmt mich nicht mit. Ja? Und wenn ich jetzt die Wahl hätte, wenn es das als Teesäge gibt zum Brennholzschneiden, da bin ich wahrscheinlich dabei. Aber sonst, weil du kannst ja nicht mal ein Stück Holz festhalten, wir müssten uns einen Sägebock bauen, wir haben ja sowieso noch so einen großen Sägebock, überdimensional. Aber es ist irgendwie so, dass es mich nicht mitnimmt, wisst ihr? Kaufen? Nein. Nein. Wenn ich müsste, ja. Nein. Aber man soll sich den neuen Sachen nicht verschließen. Die Technologien gehen nun mal weiter. Das ist nun mal so. Ja, und ich glaube, wir müssen lernen, damit zu leben. Oder einfach nicht. Das ist nur meine persönliche Ansicht dazu. Und meine persönliche Ansicht muss auch nicht richtig sein. Es ist nur mein Empfinden. Wie gesagt, ich bleibe da im Akkusegment bei Stil. Punkt. Und aber ansonsten nochmal trotzdem Riesendank an die Hersteller und an Milwaukee und an RS-Tools dafür, dass wir die Sägen bekommen haben. Wir werden die auch nutzen. Aber seht es uns nach, dass das nicht unser 9 Plus Ultra Werkzeug in unserem Segment ist. Wir haben auch ein anderes Bedürfnis wie andere. Wir sprechen von Sägen. Wir sprechen von Sägen, genau. Also was die Akkuschraube von Debald und Milwaukee anbelangt, alter Schwede. Das ist fett. Aber dazu kommen wir später. Da gibt es dazu später mehr. Ja. Dicker, wollen wir jetzt noch irgendwas hinzufügen? Link für beide Hersteller findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Nacht. Früh. Wann immer ihr uns guckt. Und ich verabschäme mich. Macht das. Willst du noch was sagen? Ich frage das jedes Mal. Ich denke, du wolltest mich nicht mehr fragen. Hast du in dem Video davor gesagt. Ja, stimmt. Ich frage das.